Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute wollen wir uns mit einem schönen Thema beschäftigen und zwar Nullable Booleans. Booleans sind, wie ihr wisst, ein Datentyp in Kotlin. Ich nenne mal mein bool, mein bool. Und vom Typ Boolean. Und das ist ein ganz normaler Datentyp. So, jetzt der Unterschied zu anderen Sprachen ist, in Kotlin sind alle Datentypen keine primitiven Datentypen. Das heißt, sowas wie primitive Datentypen gibt es nicht. Alles ist in irgendeiner Klasse drin. Und so ist es eben auch mit Boolean. Und das bedeutet, ihr könnt auch hier sagen, hey, mein Boolean kann eventuell Null werden. Was in Java zwar soweit auch eigentlich möglich ist, aber eben nicht in dieser Form. Das heißt, ihr könnt hier ein Boolean-Fragezeichen erstellen. Und das kann durchaus sinnvoll sein, denn eventuell haben wir eine komplexe Berechnung, die irgendwas macht und falls dabei ein Fehler auftritt, gibt sie Null zurück. Also, der Boolean wird dann Null. Und falls sie aber durchläuft, gibt sie True oder False zurück. Das ist durchaus sinnvoll und das passiert euch wahrscheinlich mehr als einmal. Deswegen zeige ich euch das jetzt schon. So, wir machen jetzt einfach mal Folgendes. Wir haben jetzt also drei Werte für diesen Boolean-Fragezeichen. Der ist nämlich entweder Null, False oder True. Und sobald der Null oder False ist, wird diese Anweisung hier nicht ausgeführt. Das heißt, if mein Boolean bedeutet, wenn das Ding True ist, dann führt das hier bitte aus. Ähm, so, ich schreibe jetzt hier einfach mal ein Printline rein. Ähm, Printline, ähm, True. Wobei wir ihn einfach ausgeben können, ne? Mein Boolean. So, ähm, das Ding ist, jetzt haben wir hier allerdings das Problem, wir müssen einen wirklichen Vergleich hier durchführen. Also, mein Boolean, if mein Boolean funktioniert leider nicht. In einer if braucht ihr tatsächlich hier drin ein Boolean. Also, kein Boolean-Fragezeichen, was wir jetzt hier drin haben. Das heißt, wir müssen hier auf gleich gleich True überprüfen. So funktioniert das Ganze. Und, ähm, ja, diese Anweisung hier wird nur ausgeführt, wenn das Ganze hier True ist. Ansonsten, das heißt, entweder ist mein Boolean False oder er ist Null. In beiden anderen Fällen wird das hier hinten ausgeführt. Und das heißt, ich kann hier sagen, Printline, ähm, False oder Null. So, und das ist jetzt der spannende Punkt. Wenn ich diesen Vergleich durchführe, dann passiert das völlig automatisch für mich. Das heißt, dieser, dieser ist gleich ist gleich True-Vergleich, der, ähm, überprüft mir, ob das wirklich auch True ist. Und Null zählt nicht als True. Das ist der Trick quasi dabei. Ähm, wenn ihr jetzt allerdings noch überprüfen wollt, ob dieses Ding hier Null ist, dann könnt ihr das auch machen, entweder mit dem Punkt Let. Das heißt, ihr habt einen Punkt Let oder ihr könnt natürlich auch hier drin über Null vergleichen. Das funktioniert genauso. Und, äh, ja, dann haben wir hier natürlich die Möglichkeit, dass unser Boolean Null wird. Genau. Und ihr könnt natürlich auch gleich gleich False vergleichen. Das geht genauso. Also, das wird dann allerdings in diesem Fall nicht ausgeführt werden, weil eben unser Boolean ist Null und Null ist nicht False. Okay? Also ihr habt dann quasi die Möglichkeit für drei Werte in eurem Boolean. Wunderbar. Ja, ähm, ja, und das ist es eigentlich auch schon. Heute haben wir eigentlich nur Boolean Fragezeichen kennengelernt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.